Jo Leute, damit willkommen wieder zurück zur Spacht Challenge mit Flyer-Elf Und mit Centuos Mit Centuos Letztes Mal schon wieder in der Helle ausgelockt Das machen wir jetzt grad ewig, ewig und drei Tage lang Ich mach das voll gaga Das macht einen echt gaga, wenn du die ganze Zeit nur ein Wizzerskelett Kind bist Da sind 3 Stück wieder, hallo, kommt ihr Dann spring ich noch mal ne Bug von mir runter Los, plump's runter Plump's Komm her Komm her, du Misty Hapsch Wow Schilderskelett dämlich Hat irgendwie so Ähnlichkeit mit dir, ne? Nö, mit dir Was dämlich ist Ach, da hinten ist der andere Der dritte Komm her Komm, komm, komm Oh ja Ja, ich renne natürlich rückwärts Und dann renne ich voll in das Feuer rein Schade, du hättest voll in Lava rein klitschen müssen Nö, hätte ich nicht Bist du ja wohl Hm, hätte ich nicht Hättest du ja wohl Schaden 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 Und ein Pfeil Ein Ooooooooh Würd ich dir mal sagen Nein Ich liege einfach zu meinem Spawner Dann bin ich gleich wieder Pfeiler und Mast Ja, tu mir ja auch Ich könnte auch ne richtigen Richtige Mobfarm ausmachen Ich darf nur nicht verrecken Warum nicht? Dann können wir wieder verzauern Mein Bogen Tröste dich Ich muss mein Schwert verzauern Aber nur meinen Bogen wieder Ich muss wieder einen neuen Bogen da machen Gucken, ob ich diesmal Infinity drauf kriege Ne Hey, wo kommst du denn her, du Misty? Die kriegst du nicht Doch, krieg ich Nein Weil ich mehr verdienen dazu Äh, nein Oh, doch Oh, nein Oh, doch Oh, nein Oh, doch Mach ich das denn mal? Wieso, wieso, wieso? Wir waren noch zwei, naja, egal Andere entweder dies von oder hat sie das mal bekommen Oh, ne Gold Wann auch her Wend man ja schon Glück sind hier keine Gas Die nerven echt Die wär noch super für dich Ja Ist klar, Flash So, hat zwei Gold Schaufeln Gold hab ich eben, mache denweise Du hau die hoch Hast du bist nur Hey Skelett Naja, ich sag's nicht Skelett, du Misty Nein Ach, lass mich Oh Wenn du mir nicht darauf bekannt durchstehst, bist du doof Du sollst mir die nicht runterfallen eigentlich Naja, tschüss Ja, lass mich in Ruhe Habe ich ne Kiste mit Ne, boah, ja geh ich nicht Hm, vorgesehen wie das viel despaunt ist Naja Ach ja, ich geh ja zu meinem Spawner Audio Fänger ein Nimm Ich könnte mal Stirb War ne ne Lohnroute Also Ja Habe ich das einfach umgest... Beistet Hey Fiecher Wider Skelette Cool Mach mal nur 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 Beifuss Beifuss Kommst du herrchen Wer dich gleich abmoksen wird Nein Schweine nicht in den Weg kommen Oh Oh Ich hasse diese Viecher echt So rennt es mir da fast im Weg Weil halt darum Hm Weil halt darum Weil du nen Schaden hast Ich könnte dann den ruhig paar Chunks mehr laden Nein Ho Nein kommt er ja 30 level wieder farm bei fuß nein lass mich lass mich lass mich war ich diese scheiß gar nicht rum dieser witscher man 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 ja ich hatte das wenn ich die sporn echt auch meine bis nur am megan war seit wann ist das denn so dass sie so schnell die sporn sie auch nicht war doch eigentlich so schlecht ist dass ich keine ahnung hast mich mal du penis hallo ist mit ein bisschen ruhiger und ich jetzt recht nicht nicht vorbei zuschauen das will ich sehen er das geschrieben hat tut er nicht unter den videos ja siehst du wenn das nicht unter meinen steht dann will ich das auch nicht hast gehört kannst du ja mal unter seinem video das schreiben wenn du unter meinem video schreibst werde ich bannen ich glaube der hat dich sogar abonniert nein kein zweiter weiß ich nicht ja du bist auch noch ein einswurst so hat er sich genannt tut mir leid für den namen ich sollte mal wieder was futtern so irgendwie backt das noch ein bisschen rum mit multichore anscheinend ja wenn ich zum wenn ich inventar öffne oder block setzte dann dauert der block kurz dann kann ich die durch die ganze welt lubschen was falsch eingestellt irgendwie noch ein bisschen baggy kann sein dass bei mir übt die feind raus mache die feind die feind liefer sonst auch die für sonst auch ohne übt die feind ja jetzt weil sie das auch ohne ob die feind trotzdem zu weiten kannst ja mit einem gigabyte das ist schon das ding ne kommst du doch nicht weit schon mit diesen acht minimum ja ja wieso aber hier ist uns steuerung musik sounds weil sie nicht notenblöcke plattenspieler die kommen ein bisschen erhöhen hier ha ha jetzt greift das gelätten blaze an das ist auch noch ein bisschen aber sie reicht hey skelett du sollst mich nicht abschießen du sollst ein peiniger abschießen nein schießt du es ab na einmal habe ich dir noch irgendwo ein und dann ist weiter einmal geil ja kommen wir nicht mehr weg das ist gerade das problem ja ich mache gleich ob die feind raus das nervt ein bisschen ich will ja nicht cheaten du schiet es aber nein doch da geht ja hülle nein hilft dir selber stirb nein verpiss dich du kachst oh fuck stimmst du so rum tot nein schade boah ich muss aus dem herzen generieren verdammt jetzt so weg die kachst du hier boah boah schnelle falle dahinter ich habe kein glas mitgenommen hier zieht er mich gleich oder ne dann ein glas mitnehmen schlimm wenn die auf diesem auf der linie darum tanzen die schlägst du dann fast runter ja deswegen glaube ich die mann und wenn ich in diese gebäude oder sind so eine coole rein wo ich kann das helfen kann und ich kann wieder in die welt reingucken okay also irgendwie weg hast du auf multicore jetzt gestellt oder wie ja das liegt dann am multicore hat oder war das vorher ausschauen bei gast du magst echt du gehst mir auf die notenblöcke gehen an was heißt wenn die notenböcke angehen richtig ich muss ins bett ich habe da oben so ein lichtsensor draufgepackt wenn ungefähr die monsters wochen habe ich doch beiden momentient voran leider kommt ja dann kann ich gar nicht mehr drauf gucken die jetzt den zuschauern noch mal gezeigt aber trifft ich weist wo komm ich da aufs dach doch ich komme da sogar noch aus das sind klein umweg hier so ja das tod dann kann man es einmal jucken haben wir spucken haben wir hier mit dem teils nicht so ach das nein das kann jeder so was nein der ist runtergefallen jeder machen schon wieder in der ecke rum und stimmst du müssen hier so sparen gerade so schöne heiß ist das hast du auf normal oder auf einfach auf normal meinst du hier so sparen das ist aber eher was aus maul wo kann man das denn jetzt einstellen eigentlich einfach war dann auch einfach eingestellt das ist ja nicht voll und einfacher man einfach alles einfach ist einfach einfach eine das ist aber nicht wirklich einfach ich glaube ich komme aus der hölle raus könnte hier rausgehen ja eingang darüber obwohl ich habe noch genug essen dabei müssen die meine das problem ist du weißt genau wie weit deine hühner entfernt sind denn hühner hast du auch irgendwo mit einer pampa ausgesetzt weiß aber ich weiß nicht mal ganz genau wo das war wollte in eine richtung zu rennen ja aber trotzdem oh mann ey ist das mies anders hast du doch keine chance das problem sind ja die scheiß gast und die blaze die nerven ja aber ich noch mal sagen ich habe einen vorteil mit den pfeilen ja das hat ja schon so lange gedauert bis ich angefangen habe hast du keine mine oder so in der nähe vielleicht das ist natürlich blöd was haben wir denn ja 1 2 3 4 5 6 ehrlich sie doch hier weg das geht mir gerade auf mehr vielleicht hier jetzt in meiner klatschen oder gucken ob ich noch ein paar diamanten finde was hast du jetzt eierbubu gemacht bist du gehauen soll ich nicht rausgegangen weil ich außer weil ich in der lava schwimmen war ich habe ein heißes bad genommen ja und das ist nicht lustig ja und ich hatte schon zweiten ich hatte einen zweiten wiser kopf ja und ja und ich habe schon zwei ich will dir nur noch einer einer nur noch kannst du mir mal einen geben auch wenn ich das könnte würde ich das auch nicht machen kannst du auch beide geben nö würde ich genauso wie nicht machen achso ich habe das ja das ausgestellt dass das wasser nicht fließt es war alles ausgestellt hat keine ahnung was du für scheiße veranstaltest naja das tor backt hier war noch so rum immer noch zur hälfte angezeigt das kann ich weg machen wusstest du dass du in nnn dann sag schon in an attack of the b team auch granaten bauen kannst du mit kokosnüsen und schießpulver ja ich habe mir das ja angeguckt ich hab mir das ja angeguckt etwas hast du cool nö habe ich nicht nicht mehr so lange immer in die wüste wieder habe ich ja gleich kann man auch machen und dann kann ich wieder einen bogen verzaubern erledigt das problem ist gleich kommen ja noch mehr hat auch noch ein skelett ouch es ist auch geil du triffst das viel weg trotzdem kann es sich noch an treffer voll treffen im fall großen verzauerten bogen kippen mir kippen mir kippen mir koppeln koppeln doch warte schade jetzt kommen die ganzen zombies an weil ich ihre kumpels geschlachtet habe stirb du auch ich habe den endermann angekündigt wir müssen man mittlerweile stoppen ja ja auch gut da würde ich mal sagen wir ganz schnell aus leute und bis dann tschüss